hallo und herzlich willkommen zurück zur let's play skyrim in der neuvus edition ich bin euer grandanamo oder auch tanamo wie ihr möchtet und ja wir sind in unserem tollen haus lydia war gerade neben mir gestanden sie ist gerade irgendwo hin marschiert keine ahnung und wir gucken mal eben was wir machen können ich habe ja aktuell keine quest aktiv denn ja wir haben ja in der letzten folge das mit dem grauen fuchs beendet und ich habe ehrlich gesagt keine a sklafte dirne rising dead ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht welche quest wir als nächstes machen sollen ich will aber nicht erst rate einfach ja also ich werde mich jetzt blöd nur die main story machen aber wir können ja mal schauen vielleicht können wir ein geschäft kaufen in weißlauf also dass da hätte ich bock drauf wenn ich ehrlich bin da hätte ich wirklich bock drauf und jetzt habe ich wahrscheinlich wieder nicht geschlafen ich bin jetzt einfach aus der tür aus welch so ein trottel bin ich wollte auch mein inventar ausräumen ich wollte so viel machen aber ich denke halt nie dran ok ich wollte gerade sagen nydia kommt mit oder ja nicht so gar kein bock übrigens wisst ihr was ich interessant finde warum sehen videos auf youtube von games nicht so aus wie wenn man sie aufnimmt also ich hätte sich von der qualität sondern und der von den frames also beispiel bei mir links oben sehe ich die ganze zeit was für eine frame zahl ich habe da steht jetzt gerade 93 jetzt 94 91 und so hin und her na wenn ich es hochlade mit 60 fps dann sieht es für mich nicht irgendwie aus wie 60 fps das sieht meistens eher aus 20 so 40 oder so und es wirkt es auf mich so und ich weiß halt nicht warum ich habe letztens so einen kleinen let's player gefunden der ist wirklich klein also nicht also auch klein von abos und so aber ich meine halt im sinne von alter also er ist noch sehr sehr jung und er macht selta ocarina of time und seine videos die sehen von den frames her so fucking mutig smooth aus wirklich der bewegt der lenkt und keine ahnung und das ich weiß nicht wie er das macht aber es sieht aus als wenn es 120 plus fps ich habe keine ahnung aber das sieht so gut aus da habe ich ihm erstmal mut zugesprochen weil der eben noch so klein ist und vor allem im jüngen in den jüngeren jahren da gibt es viele leute die die labern halt irgendeine kacke wegen einem wegen dem hobby was man hat deswegen dachte ich mir überschreibe ich habe mal was nettes dass das echt cool ist die qualität und so und dass er da am ball bleiben soll wenn es ihm spaß macht ja das war schon krass also wie smooth das einfach bei ihm aussah so dieses hier will ich gern kaufen kann ich das kaufen ist es geschlossen perfekt 7 uhr 30 ja gut dann werde jetzt vielleicht nicht schlafen aber wir können uns ja mal da hinsetzen weil das allein kostet ja kein geld oder doch komm ich schlaf hallo manchmal denke ich vielleicht bin ich ich würde gerne ein zimmer haben für heute gehört das zimmer vielen dank willkommen sagt bescheid wenn ihr noch etwas braucht nene ich will nur mein zimmer nein ich weiß wo sie ist was mich lassen mir hallo wer bist du hallo ist mein zimmer ok wir schlafen mal bis das ist viel zu viel 10 15 stunden so viel schlafe ich auch immer passt schon so und das können wir auch noch machen ich wollte ja sagen ich würde ja sagen wir gehen auf ausdauer und nur ein level ab wir machen mal wieder schmiede wir gehen mal da hoch oder was ist denn das sandstone das ist ja überhaupt und ich habe extra damage zu zehn sekunden alle drei sekunden aber was hat es mit schmiede zu tun okay ja gut ach so ja wir machen einhändig weil ich will später auf einhändig eigentlich gehen ich kenne es mit schmiede eher anders dass man da halt sachen freischaltet zum schmieden naja so dann hier noch kriegt kriegerfertigkeit schmiede zack zack weiter geht nicht einhändig geht nicht beidhändig oben schießen können wir auch mal ein bisschen reinballern reinbuddern hier und magisch fertigkeiten zerstörung mehr habe ich nicht so tag und morgen ich bin zumindest ausgeruht aber immer noch hunger durst ich gehe jetzt und wie zu viele leute ich habe angst vor ich lasse mich gehen so guten morgen ja ja mir geht es gut ich habe lange geschlafen wie geht es euch so mal schauen ob ich den laden ja ja ich würde einen laden kaufen ich finde den laden nämlich sehr schön das hast du gerade schon gesagt ich bin zwar nicht taub ich habe mehrere elixiere im angebot ich möchte dich einen autoren machen können wir über dein business sprechen natürlich ich habe nicht genug gold von jetzt auf deinem werk für mich und ich erwarte einen Teil von deinem business oh ha das ist ein bisschen heftig probieren wir es aus wie ihr meint oh das war ja einfach oder natürlich das hat irgendwie nicht geklappt das hast du zu verkaufen dann seid ihr also ein alchemist ne nicht wirklich damage invisibility das geht aber gut ins geld ähm ich will eigentlich nix kaufen oh unsichtbarkeit das klingt schon aber es ist nie ich will nix kaufen kann ich irgendwas tolles verkaufen ich kann oh blut nein nein gibt es mir wieder oh mein gott die hat mich abgezogen weil ich die falsche taste gedrückt habe ich hab mich so abgezogen mein blutextractor oder so was spinzt oder was hier du kannst den ganzen alkohol haben ja nimm den alkohol ich will keinen alkohol aber den rest gebe ich dir nicht du kannst nur den ganzen alkohol haben noch irgendwie hier 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 alkohol ich hab noch mehr alkohol da nimm ich hab doch bestimmt noch mehr skooma ist doch auch irgendwie so eine komische alkohol droge oder so ähm pumpkin und hin her hier nordmähd kannst du haben zack honig brau kannst du auch honigmähd da Wein hier den brandy rotu ok ja gut jetzt habe ich genug geld so ich will ich will hier dein dein business ich will es kaufen zu diesem preis aber sicher es steht alles an dieser notiz easy abgeschlossen bei der store du hast gut gemacht Landlord ja das ist jetzt mein laden ich jetzt auch immer rein und so oder ist es dann immer noch einbrechen wenn ich hier reinkomme weil ich habe jetzt keinen schlüssel bekommen äh und was habe ich jetzt für einen brief bekommen oder zettel irgendeine notiz da sind überall augen 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 ja 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 home decoration guide hol dir ja nee the invitation nee was ist das denn tagebuch settings property ja aber wir können hier neue magie sachen lernen wo ist denn diese notiz ich hab dich nicht ich hab das nicht gekriegt hey was mit meinem was jetzt natürlich die mich jetzt mich jetzt abgezogen ich verkaufe heilmittel gegen alle krankheiten und stehe euch stets zu diensten arbeitet ihr immer noch in der beflagten meere olfina was soll die frage nur weil ich eine graumäne bin heißt das noch lange nicht dass ich nicht selbst für meinen lebensunterhalt sorgen kann ich hatte nicht gemeint es tut mir leid dass ich gefragt habe ich wurde einfach abgezogen alter was das ist nee warte mal ich kann jetzt hier einfach alles nehmen oder was das ist jetzt mein business aber wieso habe ich denn jetzt den zettel nicht ne da steht jetzt das stand gerade irgendwo stehlen her oder war das doch hier so sitzt da oben alle stehen und das schuld ist mir war es bei mir findet ja auch das ganze geld nicht umschläge und tränke seht euch nach herzenslust aus mir raus das geräusch soll ich machen muss mich abgezogen und was soll das wir können ja auch mal hier ich das zutaten zutaten fressen denn dann aktiviert das sehr bisschen dann können wir nämlich schauen wenn die pendent ja genau irgendwelche dinger hier können wir nämlich dann herausfinden ich glaube man kann von allem immer nur eins essen ich glaube ich bin ist das lecker ich fresse einfach alles was ich habe einmal durchprobiert ich glaube ich bringe mich gerade oben ich glaube nicht alles davon sollte man essen ja ich habe gerade ein riesen zee gefuttert das hatte ich schon lecker 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 schmecker es ist so widerlich was es da alles also was da alles so ist weil manche sachen sind ja okay aber das meiste davon ist halt echt fucking disgusting wir haben es geschafft wir haben einmal alles gefuttert perfekt und wir leben noch ich glaube ich kotz gleich mir geht es gar nicht gut aber ich sterbe nicht jetzt kann ich mich wieder bewegen krass was ist denn mit mir da ich leuchte ja komplett wild und schau mal wie die statuseffekte ich gekriegt oh jetzt jetzt ok ja ok kannst du jetzt mal bitte weg gehen hallo red riding oh ich kann ja verpiss dich da mal weg weg so was können wir alles machen kann man da auch jetzt klamotten machen oder was war das gott potify speech brain intelligence ich würde gerne mein sprechen verbessern mit den zwei oder was optional herstellen muss ich jetzt echt die taste drücken da habt ihr einen guten trank zusammen gemischt cool wir machen noch ein paar andere sachen ups blocken hatten wir so dann das und kann es sein dass ich gerade irgendwie noch den ganzen anderen quatsch das ist auch noch hier keine ahnung was ich hier so mache ich mache einfach ein bisschen zeug leben damage stamina magiker water uh wasseratmung er schafft water breathing ok nice das klingt auch ganz gut das ist das hier ok ja gut dann haben wir mal ja ja stoppen und was ist das andere und schon ist der ganze skill rechts oben schon wieder weg ja schade ich bin ich bin einfach so schwach aber ich habe echt das gefühl ich wurde abgezogen ich habe ich habe shop gekauft aber irgendwie fühlt sich das nicht so an weil ich habe keinen zettel gekriegt den gemeint hat den ich kriegen sollte das einzige was ich gespürt habe ist dass jetzt ein fetter das loch in meinem inwinter also in meinem gelbeutel ist guckt euch das an ist einfach komplett weg aber ich habe dafür jetzt ein paar sachen gecraftet weak potion naja naja blood extractor was ist denn das ach so diese interesting sachen ja stimmt da wollte ich eh nochmal gucken weißlauf stahl leicht schwer leicht ach ja da muss ich auch noch gucken ach so viel sachen muss ich mir anschauen wie ich am ende rumlaufen will und alles gottletten 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 hm oh da bist du ja ich habe nach euch gesucht oh ne ich soll euch etwas liefern aber nur euch persönlich lasst mal sehen im dämmerstern macht ein neues museum auf der besitzer bittet mich einladungen an reisende zu verteilen das war's dann wohl ich muss los ein brief aus high rock museum note you did it was 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 das war's das war's 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 komit follow me my man and the other able fighters will be gathering outside the gate everyone keep yourself safe great everyone to your houses now we are under attack to your houses quickly echt was was ist denn jetzt los ok ich komm einfach mal mit ich hab ich hab keine ahnung raus hier ey was denn für ein raid alter warum ist greifen die sturmmittel an oder was ist los ich check's nicht wer will wer will fetzen alter fetzerei ey ey warte mal nicht so schnell ich brauch meine ausdauer noch ich hab grad sehr viel zeug zu mir genommen wenn du wüsstest wie scheiße es mir eigentlich geht hoi 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 hole hold your position get ready und there they are w包 zu the hell was war das don't kill me die 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 ich hab die na na schauen wir haben hier wohl einen Helden. Huch. Alter, Eilheim ist wie das Pferd angreift. Ganz genau, geht mal weg von Lydia, nicht dass sie hier noch einen Schlag abgeht. Was ist das? Ah ne, da sind noch Wege. Alter, ich werd die ganze Zeit gehalten, wie cool ist das denn bitte? Warum haut ihr ab? Und wieso greift so ne kleine Gruppe von Valditen bitte durch diese fett bewachte Stadt da und das ist doch komplett bescheuert. Wenn ihr gut seid, kann ich euch wesentlich leichter ausrauben. Ich will das hier schnell beenden. Steppt doch endlich. Nein. Und jetzt darf ich alles looten oder ist das ja alles mal... Ach der Typ heilt mich die ganze Zeit. Ist ja voll nett. Dankeschön. So, wo sind denn hier noch ein paar Leichen? Oh, da ist noch einer. Oh, we've done it. Oh, that was... That was quite a battle. Oh. Ja ja, lang lebe der Jarl und so. Danke, danke, danke. Oh, da ist ein Pferd verreckt übrigens. Darf ich das looten? Habt ihr was dagegen oder... Gehört es euch? Interessiert es euch? Interessiert es euch? Keine Ahnung. Ich frag halt mal lieber vorher, ne? Man weiß ja nie. Ach ne, es ist... Eine Königin. Ach man, es ist eines von den Pferden hier. Ist überhaupt einer von uns gefreckt? Oder aus uns beert? Hoppala. Ach, jetzt kann ich sogar schon hier warten. Ja gut. Ich würd sagen, das war's dann erstmal mit dem Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Euer Gruntanamo. Tschüssi.